Ein paar Kaboos, die uns das Lebenszölle machen wollen, und wie ja, dieser Aal, wo auch immer der gerade herkam, will ich gar nicht wissen, verstehe ich nicht. Was soll's, ist nur ein Aal. Eigentlich ist ein Curry Screenland 3, ja, Freund und Feind. Einmal Feind, weil er uns da auch das Lebenszölle macht, und einmal Freund, weil er, ja, ein kleines Minispiel mit uns macht in Curry Screenland 3. Naja. So, hier schon, ja, hier ist der nächste Raum. Ach, wir kämpfen ja gegen dich. Du hast mir schon mal das Lebenszölle gemacht. So, dafür wirst du elektrizitiert. Okay, das dauert ein bisschen. Na, dreimal muss ich das Ganze so machen, okay. Na, jetzt macht er nochmal so eine Rambo-Attacke, oder Kamikaze-Angriff-Attacke. Könnte man auch glatt dazu sagen. Na, ein Energie-Balken hat er noch, ey. Das Fiat-Mehr-Glücke, ah. Als es zugeht. Perfekt, weg ist es. Regelfähigkeit bräuchte ich nicht, wen haben wir da? Nein, nicht den Fisch, nein. Ähm, den will ich gerade nicht nehmen. Wobei, ich glaube, es gibt hier gleich einen Wasserabschnitt, wo kein schon sehr vorteilhaft gewesen wäre. Und da ist ein Stein. Aber auf diesen Trick falle ich nicht rein. Auch wenn ihr dachtet, dass ich da reingehe. Aber, wie gesagt, ich kenne das Spiel auswendig. Da kann mich so etwas nicht austricksen. Ach, aber du. Du könntest gefährlich werden. So, rein hier. Ach, jetzt geht's nach oben. Yay, und ich kann das sogar mit Coop beeinflussen. Ah, schon praktisch, wenn man die Eule hat. Mit keinem wiederum hätte ich jetzt nur nach oben gehen können. Das heißt, ich hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt, hier... Ja, nochmal nach unten zu fliegen. Oder hier Leben zu holen. Oder hier den Stern noch dazu. Und noch das Fläschchen da drüben. Pep, Twink, wie sie sich hier in diesem Spiel ja heißen. Okay. So, zack. Zack. Na, komm schon. Go, cool, go. So, jetzt... Müsste ich auf jeden Fall... Ja, das Level dürfte eigentlich nicht weit geschafft sein. Aber dieser... Dieses Gordo-Vie stört mich da gerade. So, nicht, dass ich einfach mal abhauen, so. Da ist eine Maxi-Tomate. Da ist noch ein Leben. Das kann ich mir auch noch holen. Cool, ist echt praktisch in diesem Level. Also, das könnt ihr euch schon mal vormerken. Vor allem, jetzt kann ich mir hier diese drei Leben holen. Eins, zwei, drei. Und somit habe ich schon 31. Wow. Ne, ich hätte bestimmt schon 34 oder 35, aber... Ist ja egal. So, dann habe ich dieses Level jetzt auch schon abgeschlossen. Juhu! Perfekt. Und dann kann ich Level 5 betreten. Und... Oh, ne. Na, nicht dieses Level. So, jetzt muss ich hier warten. Ja, wenn man einen Partner bei sich hat, dann ist das mit den Gordos schon ein bisschen fies. Weil man da erstmal hier den Weg freimachen muss, damit man hier den Gordos ausweichen kann. Sonst kriegt man da nur Schmerzen. Aua, Aua, Schmerz, Aua, Schmerz. Und das wäre gar nicht gut. Na, egal. Na, komm schon, Kirby. Wir fliegen hier jetzt durch. Boah. Okay. So. Gut, jetzt muss ich nur noch hier runter. Aber... Wenn man wirklich Langeweile hat, ich weiß noch, ähm, als Kind, wo ich das wirklich... ...sehr oft gespielt habe. Verdammt oft. Äh, hatte ich mir mal die... ...den Spaß erlaubt, in diesem Level hier wirklich alle Blöcke wegzumachen. Ist ne Mordsarbeit. Aber es... ...weiß auch nicht. Hatte da mal wirklich Langeweile. Da hatte ich mir mal wirklich die Mühe gemacht, irgendwie alle Blöcke in diesem Level wegzumachen. War auf jeden Fall sehr leer aus, das Level danach. Also... War auf jeden Fall auch mal eine nette Erfahrung. So, hier kann ich auch locker durchfliegen. Hab ja Kuh. Hab ja kein Hindernis gegen diesen Wind. Muss nur auf den A-Knopf drücken und... Wow! Dann komm ich da locker durch. So, zack. Aber... Mir kommt es echt so vor, dass das Spiel recht kurz und sich... Ich meine, ich spiele jetzt schon... ...eine Stunde... ...fünfzehn Minuten, glaube ich, jetzt schon insgesamt. Und ich bin schon bald durch. So, was waren wir hier drin? Nein! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Woher soll ich wissen, welcher Weg richtig ist? Moment, was war es der zweite von rechts? Wer hier? Nein, das war auch nicht. Gut, wo war nochmal das Ziel? Ganz rechts? Auch nicht? Okay. Dann doch die Mitte? Wahrscheinlich. Nö, hä? Das war doch links. Na gut, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Welcher Weg das war. Egal, jetzt bleibt nur noch links übrig. Also gehen wir links. Hä? Okay, okay, das zweite von links. Mein Fehler. Ja, hier kriegen wir Pepper Drinks und das Ziel. Perfekt. Und raus hier. So, und wir kriegen noch ein Leben geschenkt. Juhu! Juppidey! Und wir können das letzte Level der Welt betreten. Und dann in die letzte Welt aufbrechen. Juhu! Lang dauert es nicht mehr bis zum letzten Kampf. Zack, 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 zack. Komm, Elektro gegen Elektro. Was ist stärker? Gut, wir sind stärker. Und jetzt kommt da eine Tür. Und wir treffen auf Rick. Perfekt. Yay! Gut, wir können... Oh, nee. Ich hätte nicht Kuh gebrochen können. Ich hätte mir, glaube ich, auch noch ein Leben holen können. Nee, da ist auch nur ein Sternchen. Was ist da? Auch ein Stern. Okay. Da ist... Ist das so nicht so? Autsch, na, Mist. Meine Fähigkeit ist futsch. Da muss ich runter. Na geil, ich darf im Kreis laufen. Na gut, nehmen wir die Steinfähigkeit. So, dann holen wir uns diesen Stern hier noch und kriegen dafür noch ein Leben. Und hier runter. Oh, geil, wieder Wasser. Wow, oh, oh, je, je, je. Vorsicht vor den Kaulquappen hier. Da muss ich runter, das weiß ich. Aber ich will diesen Pepp-Up dringend noch haben. So. Und dann gehen wir hier rein. Zack. Oh, nee, nicht so ein dummes... Oh, nicht dieses Labyrinth. Ah, verdammt. Daran kann ich mich auch noch viel zu gut erinnern. Ich hoffe, ich gehe gerade den richtigen Weg. Aber müsste eigentlich. Ich meine, der richtige Weg wäre länger gewesen. Zack, das ist auch nicht schlecht. Na gut. Solche Labyrinth, die habe ich sowieso nicht im Kopf. Weil, Moment, ich muss oben lang, ne? Ja, ich muss oben lang. Solche Labyrinth im Kopf zu behalten, da wird man blöd bei. Vor allem, ja, wenn man schon viele Spiele hatte, wo Labyrinth überhaupt auftauchen. Also, vor allen Dingen sehr viele Spiele gespielt hat, wo Labyrinth auftauchen. Da ist es dann echt problematisch. So. Ah, nee, hier werde ich wieder hochgepustet. Okay, einfach durchfliegen lassen. Ich glaube, hier passiert mir nichts. Wow, und ich kriege ein Leben. Okay. Dann hole ich mir das ja auch noch. Und die Maxi-Tomato-Boy eigentlich nicht mehr. Egal, ich wollte den Stern auch noch. So. Nun kommen wir zum Boss der 6. Welt. Und nun dürfte ich raten, wer es ist. Ich meine, es ist schwer, es ist nicht in den Wolken. Also gebe nur eine Möglichkeit. Offen.